Schönen guten Hallo, heute gibt es mal wieder ein FAQ. Okay, ich möchte das Thema Fragen stellen mal kurz für meinen Telonym-Account ausnutzen. Da könnt ihr euch anmelden auf Telonym und da kann man dann anonym mir Fragen stellen und die beantworte ich dann eigentlich jederzeit. Wenn es jetzt nicht zu viel werden, aber das ist momentan echt überschaubar und das könnten ruhig ein paar mehr sein. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch privat, persönlich, was auch immer, dann könnt ihr mir die auf Telonym stellen. Link ist in der Videobeschreibung. Hosen oder Ärzte? Ärzte, könntest du für mich einfach fabelhaft schreien? Das ist einer meiner größten Wünsche, die ich habe. Nein, ich tue ihm nicht den Gefallen. Nein, ich schrei das jetzt nicht. Nein, 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 ich schrei jetzt nicht. Einfach fabelhaft. Einfach fabelhaft. Hast du eine PS4? Wenn ja, Lust mal gemeinsam Apex Legends zu zocken? Oder ein anderes Free-to-Play auf der PS4? Einfach Tauswort oder mein zweiter Kahn Tausbier ne FA schicken. Okay, erstens, ich habe keine Konsole und zweitens bist du mit Apex Legends sowieso bei mir schon unten durch. Aber vielleicht hast du ja andere neue Freunde jetzt. Warum? Darum. Wie wäre deine Reaktion, wenn dein PC kaputt wäre? Das wäre mir scheißegal. Ich bin ein PC-Nomade. Ich habe nichts Wichtiges auf meinem PC. Ich habe eine externe Festplatte, da ist alles drauf. Wenn die komplett kaputt geht, dann ist das halt so. Ich habe jetzt nichts Lebenswichtiges da drauf. Und die Videos, die habe ich alle auch auf YouTube. Das ist eigentlich so alles, was mein Leben ausmacht. Kommt irgendwann ein neuer Merch, also anderes Design. PS, Pizza oder Burger? Ähm, ich denke Pizza. Also ich habe noch keinen Burger gegessen. Aber danke, dass du nach meinem Merch fragst. Das könnte ich jetzt als Vorlage nehmen, um ein bisschen Werbung zu machen. Hier, schaut mal rein. Ihr könnt noch Kritzelfitzel-Merch abstauben und normalen Merch abstauben und noch normaleren Merch abstauben. Ist das nicht so wahr? Link zu meinem Merch in der Videobeschreibung. Welcher Spruch oder welches Zitat hat dich am meisten inspiriert? Slash geprägt. Äh, ich weiß nicht mehr, von wem das ist. Ich glaube Martin Luther King. Also übersetzt heißt es so viel wie es kommt nicht darauf an, wie lang man lebt, sondern was man aus seinem Leben macht. Was ist geiler? Titten oder Arsch? Arsch. Können wir es umdrehen und du stellst uns ne Frage? Was findet ihr an mir lustig? Also vielleicht könnt ihr genaue Beispiele nennen aus irgendwelchen Videos mit Zeitstempel am besten noch. Oder einfach, äh, meine Art ein bisschen beschreiben. Weil ich tapp da so ein bisschen im Dunkeln. Ich mach halt so mein Ding und irgendwas findet ihr da scheinbar lustig. Was würdest du machen, wenn ein World Spawn wäre, mit langer Respawn Time, was auch ein Mount dropped, genau vor deiner Nase spawnen würde und du in diesem Moment ein Disconnect bekommen würdest? Das wär mir so scheißegal, weil ich alle Rare Spawn Mounts mit ner langen Respawn Rate schon habe. Ha! Zuerst Müsli oder Milch? Okay, das haben drei Leute gefragt. Was ist eigentlich los mit euch? Wenn man erst die Milch reinmacht, dann passen nicht mehr so viele Kellogs, äh, nicht mehr so viel Müsli rein. Gut, das ist jetzt kein Müsli, das sind Nougat Bits. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne, dann bedeckt es hier nur die Schicht obendrauf, aber wenn man mehr drin haben will, dann muss man das runterdrücken und dann schwappt's aber über. Und das hat man eben nicht das Problem, wenn man vorher die Nougat Bits rein tut, dann muss man die nicht runterdrücken, damit mehr reinpasst. Was guckst denn so so? Wie motivierst du dich für Videos? Du machst Unterhaltungscontent und man hat ja auch mal schlechte Tage. Machst du dann einfach Pause oder gibt es etwas, was du machst, um dich zu motivieren? Ich mach keine Pause, beziehungsweise ich mach ja nur ein Video die Woche. Also es muss schon was Krasses passieren, dass ich ne Woche lang mies drauf bin. Und dann such ich eben so zwischen, zwischen Samstag und Donnerstag such ich mir eben den passenden Tag aus. Also ich brauch nicht ne ganze Woche dafür. Ich, keine Ahnung. Also ich bin keine Woche lang schlecht gelaunt oder sowas. Was für ein exotisches Haustier würdest du gern mal haben wollen und warum? Ich hoffe jetzt mal, du meinst außerhalb von WoW. Da hätt ich gern ein Tukan, weil ich in dem sein Schnabel dann meine Autoschlüssel drin verstecken kann. Wie ist für dich das Corinna gewesen? Wer ist Corinna? Also ich denke mal, du meinst Corona. Ich hab das ganz gut überlebt. Ich arbeite ja im Handwerk und das hat's bei uns jetzt nicht so toll getroffen, weil ich der einzige Arbeiter da bin. Da kann ich nicht wirklich jemanden anstecken oder von jemandem angesteckt werden. Deswegen ist das bei mir eigentlich komplett vorbeigeflogen. Ich konnte nur einige Sachen eben nicht machen, die ich gerne getan hätte, wie schwimmen gehen, Kino gehen, generell irgendwas. Wie alt bist du? Ich bin 27 und hab am 22. Januar Geburtstag. So, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, gebt mir immer einen Daumen nach oben, dass ein Abo tatsächlich gilt und wenn nicht, dann nicht. Schaut rein. Oh, hier, ich beende das Video. Äh, nö. Äh, doch. Däh. Äh, drüben.